Musik Ich verbringe ein paar Tage in Monschau. Genauer gesagt habe ich drei Nächte gebucht. Das kostet mich 105 Euro. Inkludiert sind ein Stellplatz, inklusive zwei Personen, Wasser, Duschen, Strom. Und ich bin jetzt nach ungefähr siebeneinhalb Stunden mit Pause hier angekommen und werde mir jetzt gleich mal die Füße vertreten. Das ist noch das Gelände vom Campingplatz, wenn ich das richtig verstehe. Und hier gibt es sehr viele Zelter, Wanderer, Fahrradfahrer und halt auch so Vans und sowas. Und jetzt mache ich mich gerade auf dem Fußweg nach Monschau, der knapp zwei Kilometer lang ist. Musik 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 Da muss man fast auf allen Vieren hochkrabbeln, auf diesem Wanderweg Nummer 25. Ich hatte mir vorab zu Hause, ich glaube auf der Seite von Monschau, diese Karte rausgelassen. Das ist ein kleiner Wanderweg. Und da noch Zeit ist und ich schon gegessen habe, habe ich jetzt gesagt, jetzt gehst sie mal den Wanderweg. Nicht schlecht hier, sehr urig und steil. Diese Bruchsteinmauern, auf einer laufe ich hier gerade und der Rest ist auch da hinten zu sehen. Das sind aus Bruchsteinmauern befestigte Terrassen und das sind Überbleibsel aus einer Zeit, als Monschau ein internationales Zentrum der Feintuchherstellung war. Und hier standen dann die Holzrahmen, auf denen die verarbeiteten Tuche zum Trocknen aufgehängt wurden. Tocnen, tschüss. Tocnen, tschüss. Tocnen, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Der zweite Tag meines Aufenthalts in Monschau und leider regnet es immer wieder ein bisschen. Ich wollte heute eigentlich mit dem Fahrrad an die Hurtalsperre fahren, aber wenn es immer wieder mal regnet und dann hat es wieder auf und dann ach, das ist nichts, dann habe ich mich jetzt entschlossen, den Regen nicht abzuwarten, sondern eine kleine Wanderung zu machen. Ich gehe hier den gleichen Weg Richtung und schaue, den ich gestern schon gelaufen bin, dann zweige ich irgendwann links ab und gehe dann so eine kleine Wanderrunde von knapp 5 Kilometer sind es, glaube ich. Und das kann man mit dem Schirm machen und das ist mir jetzt heute lieber, als mit dem Fahrrad zu fahren. Morgen soll es noch schlechter werden. Mal sehen, was ich dann mache. Und das ist der Weg, den ich heute laufen will, der P.O. Weiß Weg, 65, ist bis jetzt schlecht ausgezeichnet gewesen. Aber jetzt weiß ich, wo ich lang muss. Und dieser P.O. Weiß war so ein Heimat, ja Forscher nicht, aber jemand, der sich sehr mit Heimatkunde beschäftigt hat und auch Wert darauf gelegt hat, seine Heimat ein bisschen wanderbar zu machen. Und jetzt geht es hier weiter. Und jetzt geht es hier weiter. An dieser Stelle stand früher mal eine kleine Fischerhütte und 1911 wurde dem Besitzer erlaubt, diese weiter auszubauen, sodass da mehrere hundert Personen Platz hatten. Und diese Fischerhütte zählte dann neben der Gastronomie, damals mit einer Sommerrodelbahn und einer Badeanstalt und Tourngeräten und Wasserspielen und Naturdenkmalen zu einem sehr beliebten Ausflugsziel. Allerdings nach dem Ersten Weltkrieg verlor die Hütte an Attraktivität und verkam dann zusehends. Und ein Neuanfang später misslang, sobald der Truppenübungsplatz, der hier in der Nähe war, dann belgisch wurde und die ganzen Offiziere hier nicht mehr einkehrten. Und wenn man das jetzt hier so sieht, Natur, 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 kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass hier mal so eine riesige Gastronomie gestanden haben soll. Hier schaue ich mich jetzt auf die Fischerhütte. Hier auf dem ehemaligen Bahndamm zu befinden. Und hier gibt es auch zahlreiche Fahrradwege, auch so ein Eifel-Höhenradweg und sowas. Und ich sehe immer sehr viele Fahrradfahrer, die hier unterwegs sind. Untertitelung des ZDF, 2020 Der Henri-Chapelle-Friedhof wurde mir von einem meiner Podcast-Hörer empfohlen. Da wir ein paar Wochen zuvor an den Landungsstränden der Normandie gewesen waren, dachte er, dass mich auch dieser imposante Gedenkfriedhof der Amerikaner interessieren würde. Und er hatte er voll ins Schwarze getroffen. Das ist wirklich ein sehr sehenswerter Friedhof. Am Nachmittag machte ich einen Ausflug nach Aachen. Ich parkte auf einem kostenlosen Park-and-Ride-Parkplatz am Stadtrand und fuhr mit dem Bus für nur 5 Euro, inklusive 5 Personen, ins Stadtzentrum, wo mich ein heftiger Regenschauer erwischte. Der dauerte aber nicht lange und danach konnte ich den Stadtbummel in vollen Zügen genießen. Der Aachener Dom ist für mich die schönste und beeindruckendste Kirche, die ich jemals gesehen habe. In meinem Podcast Die Hörmupfel habe ich in der Episode Nummer 484 mit dem Titel 484 Glasbläser Blasen Aachener Printenpralinen ausführlichst darüber geschwärmt. Ich war wirklich voll geflasht, als ich durch das große, hölzerne Portal ging und im Inneren diesen Glanz und diese Üppigkeit vorfand. Ich war wirklich voll geflasht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020